Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen noch mal die wunderschönen Flashbanks 10 Stück aus dem Lidl. Preislich lagen wir hier bei 2,99 Euro. 3 Euro für 10 Salute Bombenröhrchen. Wir haben eine NEM von 18 Gramm. Das heißt 1,8 Gramm pro Bombenrohr. Was in dem Sinne erstmal nicht viel ist, gibt es jedes Jahr. Die sind immer sehr schnell weg, muss man sagen. Ihr kauft sie wie die Verrückten. Und ich würde mal sagen, es gab schon viele Stimmen, die gesagt haben, dass die Charge sehr schlecht geworden ist bzw. nachgelassen hat. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme den Aufruf mal zum Test und schauen uns das an, ob die wirklich ein bisschen schlechter geworden sind. Hier sind noch mal die Daten für euch. Könnt ihr nochmal nachschauen. Und ansonsten geht es gleich raus zur Zündung. Der Flashbanks aus dem Jahr 2022. Herstellungsjahr kann ich jetzt hier drinnen nicht finden bzw. hinten. Das ist immer drinnen. Da ist immer ein Zettel drin. Für euch auch vielleicht mal ganz wichtig, in diesen Boxen ist immer ein weißer Zettel drin. Und ganz hinten, die letzten vier Zahlen, ist das Jahr. Wenn da jetzt zum Beispiel 2020 steht, wisst ihr, okay, die wurden 2020 hergestellt. Ja, ganz einfach eigentlich. Deswegen schauen wir uns draußen mal an, wie die so sind. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, mal kurz gucken hier. Der Wind ist bescheiden. Ja, wie gesagt, ich wollte euch ja die Flashbanks nochmal vorstellen und gucken, ob die halt gut sind. Wir haben das so gebastelt, dass es einen Schuss gibt und danach kommen ein paar hintereinander. Ist einfacher für uns zum Gucken, denke ich mal. Und wir wollen ja bloß sehen, wie der Knall ist. Also, bis gleich. Ich stelle es mal hin und dann gucken wir uns das mal an. Ach, ich müsste die Kamera auch mal vom Stativ nehmen. So, gucken wir mal, ob die schöne Sachen draufkriegen hier. Okay. Ja, ziemlich leise gewesen. Ich habe acht hier zählt. Mit dem ersten neun. Schauen wir mal, ob alle Anhang sind. Aber ich muss sagen, ich finde, die sind sehr schlecht geworden, oder? Ja, war sehr leicht und wird leicht zu gehen. Also, zwei sind noch, zwei sind nicht angegangen. Okay. Ja, also ich muss sagen, es ist leider, also naja, drei Euro, okay. Die Frage ist halt, ob das jetzt drei Euro wert war, jetzt trotzdem als Single-Shot. Wenn man ein bisschen Spaß hat, vielleicht ja. Ansonsten würde ich sagen, das ist schon fast gar keine Kaufinanzierung. Ja, Freunde, leider schlecht geworden. Ja, Freunde, leider schlecht geworden.